Mit unserem Gone Dekor und den scharfen Bärbel und Björn, die jetzt bei den Maxi Geschenken dabei sind oder auch mit den anderen Oster-Existenz, kann man ganz toll einfache Geschenksacken zaubern. Gone Dekor aufnehmen, leicht aufdrücken auf den Stempel und schon ist das Motiv fertig abgestempelt. Der Kinderleicht ist auch eine Anwendungsidee, die super mit Kindern funktioniert. Für die Kinder würde ich allerdings die Stempelschwängchen mit dem Holzgriff empfehlen. Einfach leicht auftupfen, nicht zu viel Farbe nehmen und gleichmäßig auftupfen. Einfach stempeln und dann als letzten Schliff mit dem kleinen Tupfschwängchen in einer kreisenden Bewegung abgestimmt. und schon ist es geschenkt, das ist der Kalfjärte. Und dann ist es der Kalfjärte.